oder auch nicht ist das glas oder ist es kein glas ist kein glas okay ja ich war damit freundin zwei der exakt gute freundin sind einfach diejenigen die hey war da sind helfen wenn es ein nicht so gut geht müssen wir da irgendwie müssen raus und da muss ich einfach recht geben die guten freunde sind in schlechten zeiten und die normalen freunde sind immer da okay gut gehen weiter hoch und schauen mal ob man von allen seiten vielleicht hinkommen das wird interessant werden oh ok war es zum sammeln klack so jetzt müssen wir da mal schauen nein ich will doch da gar nicht hin nein 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 ach komm das gibt es doch wohl nicht ich muss irgendwie so hinkommen oder nein das ist zu hoch ok gott so kommen wir da nicht hin wie kommen wir dann dahin ja ich will es aber nicht halten das ist die falsche Taste so ah ok cool wie viele punkte hat man überhaupt 4 äh kann man auch nehmen ok was haben da noch fokus schild ja weil es rutschen ähm ich will das fokus schild haben schwere übergänge höhere schaden leichte übergänge höhere schaden die beiden punkte noch bei kampf damen noch 2 und dort noch noch ganz naufen drei stück das hier wäre auch cool gewesen gut ja kriegen ja bald wieder ich weiß gerade noch nicht wie ich dann drüben hinkomme und von da sieht es auch nicht so aus die dinge kommen oder ich hatte okay gut einer bios nur und wenn das dann wieder nichts wird dann werde ich mich die teleportieren und wir machen einfach den jemals fertig und todsimmer okay gut dann lassen wir halt ihn so wir werden uns hier hoch teleportieren den wegpunkt möchte ich setzen und dahin möchte ich mich telepathieren lassen um die nämlich so fertig zu machen damit wir mit der hauptmissung weitermachen die sollte nämlich und dann haben wir fast das ganze hinter uns gebracht unglaublich aber wir probieren ich kann für nichts garantieren das ist der schein gleich das zeug hier so Okay, gut, da kommen wir nicht drunter. Ja. Das freut mich. Das ist nur die Fall, wie ich da hochkomme. So. Ja, genau das sind die, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Äh, Abbruch. Das war dann die Mission, wo ich nie geschafft habe. Wo ist die andere Nebenmission? Da, hinten ist die Nebenmission. Okay. Zeig an, da können wir noch gar nicht hin. Doch, da könnten kommen. Dann machen wir es eben so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Bin ich ehrlich. Null Ahnung. Screen zu hacken. So, wir waren hier. Bloß damit du es weißt. Oh, hallo. Ach, wir sind auf dem Bauch. Lähnen die oder was. Hm. Tatsache. Okay. So. Und da hoch. Da hoch. Da hoch. Ähm. Da gibt es so eine Mission. Wir müssen ab, bis dann lieber. Au. Damit wir hier auch nochmal so versteckt haben. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Lauf halt da drüber. So eine kleine Erhöhung. So. Ja gut. Auf dem Kies rutscht es so. Oh, sorry. Warte, ja. Da wollten wir doch komplett kaputt gehen irgendwann. Naja. Ähm. Was er sagen wollte mit. Ich habe schon gesagt. Die eine, wo gesagt. Ja. Es ist wichtig. Damit gute Freunde halt dann da immer da sind. Wenn man sie braucht. Ich habe ja damals gesagt. Ja, also. Wenn irgendwas wäre, sie kann sich gerne mich wenden. Dafür sind ja Freunde. Wie sie, wie sie da vollkommen zustimmen. Und. Eine andere Freundin. Die, wo mit mir. Ähm. München war. Bei dem Tag auf der Tür. Dexter, sie interessiert sich ja für das, was ihr Freunde tun. Und. Destiny auch. Sehr, sehr nobel. Nobel und lobenswert bei ihr. Weil sie ist einfach wirklich mitgegangen. Obwohl. Das eigentlich nicht so ihr Gebiet ist. Ähm. Sie hat es danach geschrieben können. Ich hoffe, sie hat sie nicht gelangweilt. Mir kam nun eigentlich ein bisschen, ich habe das, was meine Freunde machen. Und. Das sagen halt dann doch nicht so viele oder nicht alle. Sondern eher die guten Freunde. Ach komm. Das ist diese Runnerin, oder? Au, 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 au. Halt die Klappe. Halt die Klappe, habe ich gesagt. Halt. Au. So. Du hast die Klappe und. Du hast auch die Klappe. So. Kann ich so durch. Vielen Dank. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, damit ich so einen beschissenen Arbeitgeber habe. Aber. Ihr seid mir einfach im Weg. Legt euch ein bisschen schlafen. Dann sind wir alle glücklich. So. Verstecken. Ich werde mich die nicht verstecken. Wir werden jetzt einfach da mit der Mission weitermachen. Ganz einfach. Uh. Cool. Dokumente. Manchmal stoßen wir nur per Zufall drauf. Manchmal. Ist es doch mehr. Und noch. Ich würde interessieren, was die bringen. Aber ich glaube, die bringen ein bisschen EP. Genau. Das hilft ja zumindest schon ein bisschen. Stopp. Ganz gleich. Ich halte an. Wir könnten jetzt hier ein bisschen warten. Bis sie weg sind vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob es so viel bringt. Oh. Was zum Sammeln. Und sammeln wir halt, bis sie weg sind. Ich würde mir auch mal dasselbe drauf. Oh gut. Scheiße. Schaut's mal. Das Wanderzeichen. Au. So. Erst mit dir ausschalten. Dann kommt der hier dran. Dann der hier. Und noch einmal rum. Klack. So. Da können wir rein zu verstecken. Dann. Du kannst. Dann. Ja. Sieands. Dann. Ja. Dann. Ciao. Die.